Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, Google sind heute allesamt, in welcher Ausprägung, das werden wir gleich noch besprechen, teurer als vor einigen Monaten. Das heißt, ihre Bewertung ist höher und zwar deshalb, weil der Kurs besser gelaufen ist, als es das Unternehmenswachstum eigentlich hergibt. Ich möchte in diesem Video besprechen, wie ich weiter verfahren würde mit allen fünf Aktien, wenn ich denn investiert wäre. In einigen bin ich investiert, dort kann ich dann noch ein bisschen konkreter werden, wie ich das Ganze angehe. Also, besprechen wir die aktuelle Lage in den Aktien, die derzeit dafür sorgen, dass die Indizes sich nicht nur gut halten, sondern tatsächlich sogar besser laufen, als von vielen noch vor einigen Monaten erwartet. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin seit vielen Jahren, mittlerweile dürfte es das siebte Jahr sein, bei dem ich in Amazon investiert bin. Ich war mit der Aktie viel, viel deutlicher im Plus, als das aktuell der Fall ist. Das haben wir eigentlich noch rund 100% gegenüber dem Jahr 2016. Dividenden gab es ja nicht, insofern sind das mal die 100%, ist nicht so schlecht. Aber ich bin hier langfristig investiert. Das ist jetzt keine Empfehlung, sondern es ist nur meine Entscheidung. Ich glaube, dass ich in den nächsten 5, 7, 10 Jahren hier noch eine ansehnliche Rendite durch Kursgewinne einfahren werde. Wahrscheinlich kommt dann zwischenzeitlich auch noch eine Dividende hinzu, wenn die Abspaltung von AWS stattgefunden hat. Aber das ist eine fundamentale Entscheidung. Dabei schaue ich also nicht auf den Chart und sage, könnte sich die Aktie weiterentwickeln oder gibt es jetzt mal eine 30%ige Korrektur. Wenn ich langfristig investiert bin, dann aufgrund von Fundamentaldaten. Und sicherlich gibt es auch einige von euch, die sagen, ich bin langfristig in Nvidia investiert. Ich glaube, dass das Unternehmen bzw. der Aktienkurs in 5 Jahren, in 10 Jahren viel höher sein wird. Und zumindest mal auf Sicht der nächsten 3 bis 5 Jahre würde ich das auch annehmen. Da schaut man sich an, wie groß ist der technologische Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Logischerweise entwickelt die jetzt auch. Experten sagen, so zwischen 18 und 36 Monaten ist Nvidia voraus. Und das ist natürlich in dem Bereich enorm viel. Wenn diese Entscheidung einmal gefallen ist, dann muss man sich auch keine Gedanken machen, ob es eine Korrektur gibt. Ich weiß aber, dass ganz viele von euch auch einen etwas aktiveren Stil haben. Also sagen, ich möchte durchaus mal Gewinne mitnehmen und dann vielleicht auf tieferen Niveau wieder einsteigen. Das ist eine vollkommen andere Disziplin. Und ihr seht gerade bei den großen Wall Street Veteranen, die immer wieder so angeführt werden, ein Warren Buffett oder auch andere, die eben nicht sagen, so jetzt bringe ich mal Timing ins Spiel, jetzt verkaufe ich mal meine Kohleaktie und versuche sie 15 Prozent später wieder zurückzukaufen. Fairerweise muss man sagen, dass das mit solchen Größen auch fast nicht möglich ist. Ja, wenn man natürlich 5, 6, 7, 8 Prozent an einem Unternehmen besitzt und man sagt, ich verkaufe die jetzt mal, dann wird allein das zu einem fallenden Kurs führen. Aber Timing ist etwas, was bei der langfristigen Anlage eigentlich nicht dazu gehört. Da geht es um Fundamentaldaten, es geht um Qualität der Unternehmen, es geht um Wettbewerbsvorteile und, und, und. Ich habe aber gerade gestern, der im Prinzip mir nochmal bestätigt hat, dass es auch oft diese Disziplinen ein bisschen gemixt werden, was ich an sich nicht für ganz günstig halte, aber ich kann es natürlich akzeptieren, dass es dennoch einige machen, der gesagt hat, ich möchte gerne in Bitcoin investiert bleiben, auch langfristig. Ich habe auch jemanden gestern auf der Straße getroffen, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der hat gesagt, ich bin bei 27.000 eingestiegen. Aktuell, während ich das Video jetzt aufnehme, das ist Ende letzter Woche, spielt aber heute für das Video keine große Rolle. Also ob wir jetzt noch ein paar Dollar höher sind in Apple oder ein paar Dollar tiefer, ist nicht ganz so wichtig. Der hat gesagt, naja, jetzt 30.000, über 10 Prozent Gewinn angefallen, bleibe ich jetzt drin und dafür braucht man die Chart-Technik, die Markt-Technik. Dazu gehört letztlich nicht nur Kurs, dazu gehört auch Stimmung und so weiter und so fort. Und für all diejenigen, die ein Gefühl dafür haben möchten, naja, gut, wir wissen, die großen Big Techs sind alle leicht überbewertet, zumindest mal gemessen an dem Gewinnwachstum. Schwarz auf weiß haben wir es immer wieder in den Quartalszahlen und können sagen, ja, die Gewinne sind gewachsen, aber Apple ist jetzt ja nicht so durch die Decke gegangen mit seinen Quartalsergebens, hat eigentlich sogar nur ein sehr geringes Gewinnwachstum gehabt. Ja, der Gewinn pro Aktie wächst bei Apple ja immer ein bisschen stärker, weil sie Aktien zurückkaufen, aber das ist ja kein organisches Wachstum. Dennoch ist die Aktie auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Und dann ein Gefühl dafür zu haben, ist das jetzt die Zeit, um Gewinne mitzunehmen oder muss ich vielleicht mal mit einer größeren Korrektur rechnen? Wenn ja, wie groß? Dafür braucht es die Markttechnik. Und deswegen möchte ich heute im Schnelldurchlauf auf diese fünf Werte schauen und mit euch genau das besprechen. Was ich glaube, das ist auch kein ganz einheitliches Bild, ausgerechnet meine Amazon kommen nicht so ganz gut weg, aber schauen wir gleich drauf, was ich glaube, wie der aktuelle Stand dieser Rallye jetzt ist, ob hier noch mehr auf der Oberseite zu erwarten ist, ob man eher mit einer Korrektur rechnen muss. An der Stelle auch der Hinweis. Ich gehe hier immer mal wieder ins Detail, zum Beispiel bei Bitcoin in der vergangenen Woche auf LinkedIn. Das ist für mich eine Plattform, auf der ich nicht so lange unterwegs war, aber irgendwie habe ich den Eindruck, Xing hängt da so ein bisschen hinterher. Das kann auch an Microsoft liegen, die hier ein bisschen pushen. So oder so, auf LinkedIn tut sich sehr, sehr viel und dementsprechend liefere ich dort auch exklusive Inhalte. Also das ist dann kein Content, wie es so schön heißt, kein Inhalt, den ich irgendwo aus einem Video raushole, aus irgendeinem Report, sondern ein bis zweimal die Woche melde ich mich auf LinkedIn in der letzten Woche direkt an dem Tag, als Bitcoin zur Oberseite ausgebrochen ist. Wenn ihr also sowieso auf der Plattform seid, ich tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen, kommt da nicht meinetwegen hin, sondern wenn ihr bereits auf LinkedIn seid oder sagt, ihr wolltet sowieso mal drauf, dann könnt ihr mir dort folgen. Dann seht ihr nämlich, wenn ich so einen Beitrag eingestellt habe, hat auch schon ganz interessante Diskussionen dort gegeben. So und jetzt fangen wir an wie A wie Apfel, Apple. Und was wir hier sehen, ist der Wochenchart. Und wir sehen den deutlichen Ausbruch. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich auch genau darüber gesprochen, dass eine Aktie, die sich hinsichtlich des Kurses ihrem Allzeithoch nähert, dies unter statistischen Aspekten, dafür muss man jetzt kein Charttechniker sein, immer eher dieses Allzeithoch dann rausnehmen wird, als von dort zurückzufallen. Es gab mal so früher den Spruch, there is no such thing as a Doppeltop. Was ich damit sagen will, sowas gibt es immer wieder. Also Triple Top, Doppeltop und das passiert dann auch. Aber häufiger passiert es dann so nah am Top, gerade in einem Markt, der eher trendbasiert arbeitet. Das merken wir. Früher war es mehr preisbasiert, heute ist es mehr Momentum und trendbasierend. Also Aktien, die einmal steigen, steigen oft einfach weiter. Das ist einfach eine statistische Beobachtung. Man kann sich ja die Anzahl anschauen und dann sieht man, ja, ein Großteil bricht dann auch zur Oberseite aus. Punkt. Für den Moment, dass sich das in Zukunft mal wieder ändern kann, keine Frage. Aber das ist etwas, was wir jetzt schon länger erleben. Aktien, die einmal Momentum haben, dieses Momentum zieht dann weitere Käuferschichten nach sich. Und bei Apple habe ich ganz bewusst, ich habe jetzt, weil es langfristige Charts sind, hier den logarithmischen Chart mir rausgesucht. Das war im Prinzip eine Konsolidierungsphase, also eine Seitwärtsphase, die sich ja über fast zwei Jahre hingezogen hat. Und auch so können Trends dann abkühlen, indem sie seitwärts laufen. Und jetzt hat hier ein Ausbruch stattgefunden bei Apple. Und nochmal, es spielt hier jetzt bei dieser Betrachtung keine Rolle, ob Apple jetzt gerade teuer ist. Sie sind historisch betrachtet nie richtig günstig gewesen. Sie sind jetzt ein bisschen teurer. Wenn ich aber rein auf den Preis und auf das Momentum schaue, dann sind weitere Allzeithochs, ich kann ja mal, wenn ihr möchtet, einen Pfeil reinpacken, dann sind weitere Allzeithochs auf die eine oder andere Art der wahrscheinlichere Verlauf. So. Wo haben wir denn hier? Achso, wir haben mal nichts. Also, kann natürlich jederzeit mal eine Korrektur geben. Aber das ist aus meiner Sicht charttechnisch die logische Konsequenz aus dem, was wir hier sehen. Ob die Konsolidierung oder die Korrektur ein bisschen später kommt oder von diesem Niveau hier oben stattfindet. Wer hier drin ist, hat unter charttechnischen Aspekten keinen Grund auszusteigen. Amazon. Und bitte, ich bin ja nicht da, um irgendjemanden zu erziehen. Aber ich weiß natürlich, dass sich diese beiden Disziplinen, die eigentlich gar nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten und die Diskussionen werden zumindest ruhiger. Die ersten Videos, 2016, 2017, unter jedem Video, als ob ich hier irgendeinen Voodoo-Zauber machen würde, unter jedem Video, Kaffeesatzleserei und, und, und. Wenn die größten Investmentbanken der Welt allesamt eine Abteilung haben, in der rein technisch gearbeitet wird, dann kann man natürlich sagen, das ist, weil die zu viel Geld haben und weil Charttechniker sich so gut verkaufen können. Jeder, der sich traut, Charttechnik in die Zukunft zu machen, hat eine Daseinsberechtigung, wenn diese charttechnischen Analysen häufiger richtig waren als verkehrt. Punkt. Das ist alles. Und das ist bei der Charttechnik, gerade bei so starken Trends, sehr oft der Fall. Ihr könnt ja gerne mal die Videohistorie durchgehen. Das ist etwas, was man nutzen kann. Da sprechen wir nicht von 100%, aber wir sprechen davon, dass es eine wertvolle Grundlage ist, um Entscheidungen zu treffen. Sie benutzen das alle. Einer war so hartnäckig, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Er war regelrecht sauer, als ich ihm dann bewiesen habe, dass die großen Investmenthäuser dieser Welt mit Charttechnik arbeiten, sogar eigenes Research dazu rausschicken. Das hat ihm wirklich nicht gefallen. Akzeptiert. Wer rein langfristig investiert ist, ich habe es ja schon gesagt, der muss sich die Charttechnik nie angucken. Der muss dann aber wirklich auch eine Bilanz lesen können und insbesondere eine Entwicklung. Ich finde, diese beiden Instrumente sollten koexistieren und jeder, der kurzfristiger unterwegs ist, der kann nicht ohne Analyse des Preises. Es sei denn, er macht reines News Trading. Ich weiß, wovon ich spreche. Das braucht tatsächlich überhaupt keine technische Analyse, aber das ist dann News Trading auf Basis des Tages. Und nicht, weil die VR-Brille kommt oder Vision Pro zu sagen, ich kann jetzt Apple kaufen. Wenn es so einfach wäre, das sind in der Regel diejenigen, die dann einzahlen, aber muss es auch geben. Insofern sollte ich vielleicht meine Klappe halten. So, diesen File, den habe ich nicht neu eingezeichnet, sondern den habe ich vor einigen Wochen in einem Leser-Webinar bei den Rendite-Spezialisten eingezeichnet und habe gesagt, dieser Ausbruch hier ist valide. Zweite Woche hat gepasst, also Ausbruch bestätigt. Vergesst die schräge Linie. Ich sage es nicht nochmal, schräge Linien für schräge Typen zeigt hier nur an, dass der Trend, also die Reihe tieferer Tiefs und tieferer Hochs, unterbrochen wurde. Und da habe ich schon diesen File eingezeichnet. Es könnte ja sein, dass Amazon bis hierhin steigt und dann nochmal korrigiert. So, jetzt nehme ich ihn mal raus, weil da mit so einem File immer der Gedanke entsteht, anders ginge es gar nicht. Aber rein charttechnisch sehen einige Aktien so aus, dass sie in eine Konsolidierung ganz gut täte. Diese wird nicht zu neuen Tiefs führen, meines Erachtens, aber es kann durchaus mal eine Korrektur geben. Und deswegen, wenn wir hier direkt ausbrechen und dieser Trend noch steiler wird, dann ist das so. Deswegen kann man ja, wenn man mit Teilgewinnmitnahmen arbeiten, wer aber nicht diesen aktiven Ansatz haben, der hat, der sitzt das aus. Und wenn wir von hier aus eine Korrektur sähen, dann wäre das ja kein Problem. Auch bei dieser Aktie meines Erachtens keine neuen Tiefs zu befürchten. Dazu sind wir zu weit gestiegen. Dazu ist der mittelfristige Abwärtstrend jetzt auch klar überboten. Und der Gedanke, Mann, in diesem Umfeld, das heißt ja nicht, dass ich jetzt Permabulle bin. Denn das hier wird schon ganz vielen so vorkommen wie, oh, die Rallye ist vorbei, jetzt haben sie doch alle recht, jetzt kommt die große Krise. Aber Tech hat sich so stark entwickelt, selbst wenn die Rallye nur auf wenigen Füßen stand, es hilft nichts. Es ist mittlerweile kein bärisches Umfeld mehr. Nasdaq 100 hat sich ganz klar hier über die letzten Hochs ausgebildet. ganz wesentlich durch die Aktien, die ich euch hier jetzt gerade on detail zeige. Das heißt, selbst wenn es eine Korrektur gäbe und ich möchte hier sagen, ich bin investiert, das heißt, ich gehe von weiteren Kursen aus, auch wenn wir noch mal eine Korrektur sehen sollten. Ich würde eine weitere Position, denn ich glaube, es handelt sich hier um einen größeren Trend, der sich über mehrere Monate und Jahre abspielen wird. Das heißt, ich glaube an einen neuen Bullenmarkt im Tech-Sektor. KI, was auch immer, was auch immer den Ausschlag geben wird, das darf an dieser Stelle nicht weiter interessieren, weil wir es vorher ja auch nicht wissen. Wir kennen nicht die Nachrichten von morgen. Wir können sie antizipieren. Das könnte so kommen. Und dann neue Allzeithochs. Wie bei jedem Trend gibt es aber keine Garantie für Korrekturen. Das heißt, und deswegen arbeite ich in diesem Fall auch mit Tranchen. Das heißt, er kann auch weiter steigen und nun mal vielleicht wochenweise ein bisschen schwächer tendieren. So oder so, solange hier diese Tiefs halten, dieser Ausbruch, der war nachhaltig, ist das aus meiner Sicht etwas, was sich in den gesamten Tech-Sektor ausstrahlen wird. Kommen wir zu der Aktie, die mit Abstand am besten gelaufen ist. Auch hier der Hinweis, ich bin einiges wieder im Plus mit einer sehr spekulativen Position. Der Trend ist hier steil. Das heißt, für mich persönlich, das geht schon fast zu sehr in den Trading-Bereich hinein. Wenn wir hier auf Wochenbasis die 380 US-Dollar unterschreiten, dann halte ich eine Korrektur in Richtung dieser Unterstützungszone für wahrscheinlich. Ich glaube, dass Nvidia auf die eine oder andere Art und Weise über 500 US-Dollar ansteigen wird. Insbesondere deshalb, weil diese Charts sind mir noch so ein bisschen in Erinnerung aus der Dotcom-Bubble. Und wie gesagt, Bubble platzt irgendwann? Irgendwann ja. Wahrscheinlich. Aber das hier ist noch keine Bubble-Bewegung. Und wenn etwas aus so einer Formation heraus nach oben ausbricht, dann muss oder darf man rein charttechnisch von weiter steigenden Kursen ausgehen. Bitte vergesst nicht, das, was ich hier mal so zart einzeichne und da steht das so aus wie, das ist ja eigentlich wurscht, wird sich ganz anders anfühlen in der Praxis, wenn es soweit ist. Also wer mal bei 430 Dollar ist, weil er vielleicht hier unten gekauft hat oder wo auch immer, ja, wer hier diese Tiefs erwischt, das sind letztlich die, die dann manchmal kommentieren und sagen, ja, bei Nvidia wusste man doch bei 100 Dollar oder bei Bitcoin konnte man genau bei 22.150 US-Dollar einsteigen. Hat einer gerade geschrieben, als ich gesagt habe, bei den Profis. Also so tief war der Kurs in den letzten zwei Jahren zwar nicht oder es war exakt der Tief. Also irgendeiner erwischt immer das Tief. Daumen drücken, dass einem das auch mal gelingt. Was ich damit sagen will, viele sind erst zu einem späteren Zeitpunkt eingestiegen. Und wenn dann eine Aktie bei 430 Dollar ist und sie fällt dann auf 330 oder auf 310 Dollar, dann fühlt sich das nicht mehr so an wie ich gucke auf den Pfeil und alles easy. Meine Güte, minus 25 Prozent stört mich doch gar nicht, nachdem ich schon mal 10 Prozent im Plus war. Das stört dann eben doch. Das heißt, der Plan, ob man das aussitzen möchte oder ob man seinen Stopp enger zieht oder ob man Gewinne mitnimmt, der muss vorher entwickelt werden. Und gerade bei einem derart volatilen Wert muss man dann auch mal locker damit rechnen. Übrigens, langfristig glaube ich, das sei an dieser Stelle schon mal gesagt, ich mache das mal um ein paar Jahre hier voller Commitment drauf zurückblicken zu können. Ich glaube, und jetzt vergesst mal die ganzen, sowohl die Zeitachse als auch die Preisachse, sehr wahrscheinlich ist, dass wir noch mal steigen und dann eine, wie so oft, völlig verunsichernde Korrektur sehen. Um 30, 40 Prozent und dass es dann weitergeht. Das wäre für mich der logische Verlauf. Wie gesagt, es hängt davon ab, wie schnell jetzt die Aktie steigt. Ich glaube, wir werden hier noch mal 30, 40-prozentige Korrektur sehen. Rein stimmungsgetrieben. Das kann zwischen zwei Quartalszahlen passieren oder aufgrund von Quartalszahlen, die mal nicht so gut waren. Aber es ist ganz klassisch. Den Ansatz einer Fahnenstange, deutliche Korrektur, alles Ernüchterung, das war's. Und dann kommt noch Rallye-Schub Teil 2. So sieht dieser Wert für mich aus. So, und die anderen beiden machen wir auch noch. Die sind ähnlich, aber nicht ganz genauso. Microsoft ist im Prinzip an der Stelle, an der Apple vor einigen Wochen war, nämlich am Hoch. Auch hier ist jetzt möglicherweise, und wer sich damit schwer tut, mit mehreren Varianten, dem empfehle ich, selbstverständlich an der Börse zu bleiben, selbstverständlich in Aktien zu investieren, ob direkt oder in ETF, wer aber sagt, er kann mit so einer Wenn-Dann-Situation nicht umgehen, man kann super glücklich werden ohne aktiven Handel. Aber wer das nicht erträgt, und ihr müsst, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, das, ja, ja, hätte wäre wenn, und wenn es morgen nicht schneit, dann wird es regnen und so weiter. Schreibt es alles rein, wenn das ein bisschen dafür sorgt, dass der Frust rausgeht. Aber wer an der Börse nur eine Variante haben möchte, der ist zumindest im aktiven Handel verkehrt. Du musst immer den Worst Case, in dem Fall also das, wie es erstmal gegen dich laufen kann, ja, frei nach Charlie Munger, erinnert euch, invert, always invert, musst du immer mit einrechnen. Und natürlich kann es eine Konsolidierung nach einer Rallye immer geben. Den Zeitpunkt da genau zu bestimmen, das Analyse-Tool gibt es noch nicht. Ebenso gut ist möglich, ähnlich wie bei den anderen Werten, dass wir einfach direkt weiter durchgehen. würde saisonal im Übrigen auch ein bisschen passen. Ich möchte jetzt nicht zu groß machen, das Thema. Saisonal würde es auch passen, dass wir eine Konsolidierung sehen. Und zum Schluss. Ach so, wenn übrigens die Frage ist, ja, was machst du denn? Bei den Werten, bei Nvidia habe ich gesagt, habe ich den Stopp sehr eng, weil ich da auch erst sehr spät rein bin, so spät, dass ich es auch nicht zu einer Aktion für alle machen konnte, weil es Chance-Risiko-Verhältnis war schon nicht mehr gut. Aber ansonsten werde ich, wenn wir jetzt auf den Nasdaq 100 blicken, ich werde diese Korrektur, wenn sie denn kommt, aussitzen und in die Konsolidierung hinein eine weitere Tranche kaufen. So gehe ich damit um und habe dann dennoch einen Stopp. Das ist für mich eine größere Position. Das heißt, wenn ich ausgestoppt werde, dann werde ich 3% verlieren. 3% meines für die aktive Anlage zur Verfügung stehenden Kapitals. Wenn ich richtig liege, dann möchte ich am Ende mit der Position rund 10% verdienen. Das ist dann 10% auf das Gesamtkapital. Wenn es schneller läuft, ist auch gut. Aber man muss sich vorher über die Größenordnungen immer Gedanken machen. Und finally, Google, ähnliches Chartbild, technisch etwas schwächer, kann von hier aus eine Korrektur geben in diesem Kursbereich. Wäre für mich ebenfalls kaufenswert. Ich habe euch bewusst heute genommen, das wünscht sich natürlich keiner. Das wäre die eine Möglichkeit. Auch hier die andere Möglichkeit geht direkt weiter. Und so viele Varianten sind das dann auch nicht. Denn wenn, wie ihr seht, lege ich mich ja absolut fest, das fliegt mir natürlich um die Ohren, es ist dann in Ordnung. Im aktiven Handel muss ich nicht immer recht haben. Mir reichen 60% oder 65% mit entsprechendem Risiko und Money Management. Ich lege mich ja fest, dieser Tech-Trend geht weiter. Ob direkt oder mit einer vorherigen Korrektur, kann ich euch nicht sagen. Und dementsprechend werde ich das auch nicht behaupten, dass ich das in irgendeiner Art und Weise wisse. Das war's. Denkt dran, LinkedIn, wenn ihr Lust habt, dann folgt mir dort. Den einen oder anderen Wert werde ich sicherlich in den nächsten Wochen dort immer besprechen. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht bei einer Aktie eine vollkommen andere Einschätzung? Ist in Ordnung. Wenn ihr Lust habt, dann auch immer ganz konkret. Also zu sagen, ich glaube, Microsoft wird sich ganz anders entwickeln. Ist auch ein Kommentar, den ich nicht verhindern kann. Aber spannender ist es natürlich, wenn man dann auch wirklich dazu sagt, ja, ich glaube, das und das wird bei Microsoft passieren. Würde mich freuen. Das war's für heute. Schönen Montagabend und ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.